In diesem Video... Ich muss... Ich hab immer Angst bei diesen Apfelbäumen. Seitdem ich das da einmal verkackt hab am Anfang, ne, und ich immer noch nicht das Ding hab, weil ich jedes Mal versuche, das zu bekommen, ich hab... Angst. Und ich seh da oben nochmal drei Bäume. Also jetzt wollen sie die ultimative Challenge für mich machen, ne? Jetzt ist die ultimative Challenge für mich geboren worden. Moin Freunde und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Zelda Breath of the Wild. Jetzt regnet's natürlich an der Stelle. Und wir haben beim letzten Mal ein paar Kroks eingesammelt. Zusätzlich auch noch einen wunderbaren, schönen Tempel gehabt. Der wirklich echt geil war mit neuen Mechaniken und, und, und. Wer den also verpasst hat, gerne anschauen, die letzte Folge. Jetzt würden wir uns den Krok in dieser... Oh, warte mal, ne Truhe. Nein, Link! Nicht alles bombardieren, was vor deinem Gesicht steht. Ich weiß, du stehst drauf. Ich auch. Aber so nicht. Das ist die Frage, er will dich austauschen. Okay. Was sind denn die anderen Schätze? Hm. Würde mich halt interessieren. Oh, hier sind nur Holzpfeile. Kann ich das werfen und kaputt machen? Ja. Geil. Hab ich hier einen Hund gehört? Leu, hier liegt eine verrostete, helle Bade. Warte mal. Die können wir auf jeden Fall fotografieren. Ich muss auch noch die anderen Waffen, die wir haben, fotografieren, damit wir das alles in unserem Repertoire haben. Aber erstmal ist das wichtiger. Ah, nee, das war ein Fuchs vorhin. Der, 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 die ruhig war ein Fuchs. Warte mal. Okay. Der ist derselbe wie der blaue. Also ich hab beide schon. Es ist die Frage, wieso hab ich den hier markiert, wenn hier nichts ist? Wente, ihr hättet hier oben was zu tun. Hier liegen Eier. Ich hoffe, das besagte Tier ist nicht böse darüber. Und nachher ist das Watt mit dem Croc zu tun. Hat dein Weg, bitte. Sauer, ey. Aber wo soll denn hier der Watt mit dem Croc sein? Hä? Hab ich mich eventuell, eventuell vertan. Hm. Äh, so anscheinend hab ich ab... Warte mal kurz, was? Sind hier... Warum sind hier in Pfeile? Äh, Pfeile sag ich schon. Warum sind denn die Dinger da? Hat das irgendwas zu bedeuten? Okay, es hat was zu bedeuten. Safe. Sind das vier Felder? Ich hab keine Ahnung. Äh, 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 okay. Ich glaube, es sind mehr als vier. Ja, es sind mehr als vier. Aber das ist doch nicht für einen Croc. Das muss da irgendwas anderes... Geil. Irgendwas anderes sein. Aber, Herr Jolo, wir probieren es einfach mal. Vielleicht funktioniert es ja... Warte mal kurz, hab ich da gerade einen Hirsch gesehen? Mann, Berghirsch. Das ist ein Riesen-Ochse. Ah ne, ein Wasser-Octorock. Ein hässlicher Wasser-Octorock. Verdammt. Den wollte ich nicht. Ich hab da noch ihn zu sehen. Was da wegrennt grad. Verdammt. No. Okay, aber jetzt zurück zum Wichtigen. Äh. Da sind ein paar Gegner. Oh. Bitte sagt, dass die mir nicht sehen. Komm schon. Triff. Link trifft das Scheiß-Schild. Als ob. Danke. Und die können mich natürlich nicht ignorieren. Weil, wäre ja zu einfach. Muss ja schon eine Herausforderung sein, ne. Hier hinten sind die Letzten. Also, zumindest hoffe ich das mal. Ich geh davon aus, dass sie hier 10 Ziele haben. Und das wäre 9 und 10. Außer ich hab mich absolut verzehlt. Ich habe mich absolut verzehlt. Ja. Geil. So. Hä? Uh. Mehr gibt's hier doch. Gaha nicht. Oh, der läuft mir jetzt nicht hinterher, oder? Ach, wie ist was? Wir machen von dir mal ein wunderbares Foto. Oh. Boah. Du hast mir gestochen. Okay. Ich hab das gesehen. Was mach' ich denn da nicht gut? Oh. So. Mein Freund. Moblenhorn. Moblenhauer. Und. Eierschecker. Oh, Moblenlanzer. Nice. Gut, dann, äh, hab ich natürlich jetzt eine neue Lanze, die wir definitiv bebrauchen. Ja, okay. Die macht nicht viel Damage, aber ganz ehrlich, für den kleinen Lappen hier soll's reichen. So. Erledigt. Nein. Nein. Es ist schon wieder weggelaufen. Oh, das trollt mich doch, das kleine Ding. So, jetzt fehlt mir noch immer ein Schild eventuell. Achso, warte mal. Hier ist ja auch das eine. Wow, geil. Immer noch nicht. Oder gibt's hier doch nichts? Hat doch kein Krog was damit zu tun. Lo. Das war vorher nicht da. Gut. So kommt man an diesen Krog anscheinend. Weil, glaube ich, alleine durch nur ein Ziel hat es sich nicht ausgewirkt. Perfekt. Dann haben wir den auch in unsere Tasche. War zwar ein bisschen, würde schon sagen, kniffligerer, ähm, Kandidat. Aber eigentlich geht es. Ah. Geil. So, komm mal her. Nummer 2. Sehr schön. Damit haben wir halt schon mal die Binkrocks in unserem Petto. Das war, das war die eigentlich die ganze Zeit vor. Da hier hinten am See, im Kämpfersee, gibt's noch was. Wir müssen, wie gesagt, noch die Blauen eigentlich fotografieren, die Gegner. Bisher habe ich die tatsächlich noch nicht fotografiert. Wir sehen schon, muss ich ehrlich hier stehen. Aber irgendwie denke ich nicht dran, mit dem blöden Foto da oben mal was zu schnipsen, ne. Auch hier, bei den ganzen Insekten oder sonst jetzt. Immer verscheußig irgendwas. Aber ja, gut, das ist ja auch nicht weiter wild, ne. Das ist nur ne Sache, die, äh, als Sammleraspekt geil sein kann. Aber was man natürlich nicht muss. Bienen eventuell, glaube ich, sind auch welche, die man mitnehmen kann, ne. Okay, die Aussaugung nicht. Fuck. Ich hoffe, die Bienen lassen mir in Ruhe, weil ich hab dir eh deren Honig nicht geklaut. Zumindest habe ich es auch nicht vor, bin ich ehrlich. Ah, verdammt. Ich glaube, von hier müssen wir oben, äh, von oben springen. Und ich hab gerade gesehen, da unten ist noch ne Truhe. Ja, 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 die sollten wir mitnehmen. Gut, eventuell sollte ich die nicht so schleudern, dann würde die auch nicht im Wasser nochmal runterkommen. So, komm mal her. Was hast du denn so schöne drin? Ich glaube, wahrscheinlich ohne einen Stein oder... Zehn Pfeile. Sehr geil. Damit haben wir die zehn Pfeile, die ich verschossen habe, plus, minus, äh, wieder drin. Halt, stopp, 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 stopp. Bleib mal kurz, bleib mal kurz da stehen. Sehr gut. Jetzt kannst du wieder. Oh, ho, 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 ho. Das war leicht knapp. Aber easy. So, und jetzt Geronimo! Plansch. Geil! Nächsten Krok mitgenommen. Wir haben, by the way, schon fast die 100 Kroks voll. Also, ein Neuntel der ganzen Kroks ist schon fast in unserem Besitz. Erstaunlich, aber wahr. Das heißt, wir sind sowohl bei den 100% schon sehr gut, äh, dabei. Und bei den Schreien sind wir auch beim Einzehntel schon. Mhm. Na gut, sagt natürlich nichts darüber aus, wie viel wir jetzt schon allgemein erkundet haben im Spiel. Und wie lange das noch dauern wird. Wir sind ja jetzt bei, ich weiß nicht, ich achte auch gar nicht wirklich auf die Partanzahl. Aber ich glaube, so 20 Parts sind wir bestimmt schon. Ähm. Wenn wir so weitermachen und halt noch die Reste in 8, 9. bekommen. Äh, 100 Parts werden wir definitiv dafür brauchen. Vielleicht sind wir ja schneller als gedacht. Aber geht es gerne gemütlich an. Habe ich ja schon am Anfang an dir gesagt. Gemütlich ist immer geil. Weil Stress machen ist bei so einem Spiel absolut, äh, beweistet Gegenteilige. Wenn du dir selbst Stress machst oder den Druck machst, ja, du musst so schnell wie möglich alles finden. Sag ich dir wirklich nichts. Weil genau denn entweder sowas passiert wie, äh, weiß ich nicht. Irgendwelche Unglückssachen. Oder. Du verlierst einfach komplett die Lust dran. Weil du mit dem Druck einfach, der du dir so denkst, ich hab eigentlich absolut denn überhaupt keine Lust mehr. Das wäre denn alles fatal. Und das muss ja nicht sein. Deswegen schön in Gemütlichkeit. Und du kommst mal her, mein Freund. Du brauchst jetzt ja nicht wegrennen. Wegrennen. Glaubst du, du entkommst mir? Ah, naja, ja. Ich seh's schon hier. Aber was muss ich denn hier machen für den Krog? Ah, aber ich bin auch eindeutig zufrieden, dass ich hier die Hilfe mir gegeben hab. Einfach im Internet mal ein bisschen nachzurecherchieren. Warte mal, ist der hier unter? Nee. Wir merken uns aber den Stein vor. Oh, ich lieb dieses Untergrundding. Halt, stopp. Warte. Wir müssen kurz von dir ein Foto machen. Ich weiß, du bist für Fotoschiebungs... Shootings nicht mit dabei, aber ich brauch dich. Oh, du bist ein mieses Stück. Du bist ein mieses Stück, Kurt. Ich sag's dir ganz ehrlich. Mit dir möchte ich mich nicht anfreunden. Mein Freund. Halt, hast du mir verjagt. So, Leuchtstein. Haben wir jetzt auch immer so ein Album. Was gab es? Und eigentlich sind Leuchtscheine, ne? Ja, okay. Macht doch Sinn. Werde ich jetzt einfach mal nicht, Mann. Den haben wir. Bergkirsch haben wir. Das ist eine Ziege. Ah, Schwarzrücken-Siege. Ich suche eigentlich noch die weibliche Variante des Bergkirsches, nämlich die Bergkirschin. So, wie ich sie nennen würde. Aber irgendwie scheint sie hier, äh, nirgendwo dabei zu sein. Oh, ne, das ist wieder was mit einem Baum, ne? Ja, das ist wieder was mit einem Baum. Oh. Nicht verkacken, Christian. Wir haben hier einen Apfel. Da haben wir einen Apfel. Und hier haben wir vier Äpfel. Das heißt, wir machen hier bei den vier Äpfeln. Ja. Shit, hier sind mehrere Äpfel. Warte. Welcher Ast hängt der? Der hängt diesen Ast. Das heißt, den unteren könnten wir auf jeden Fall nehmen. Hoffentlich. Ja. Und den ganz oben. Wie soll ich denn bitte an den ganz oben rankommen? Kann mir das Inneren sagen? Oh. Oder kann ich den abschießen? Jo, man kann die abschießen. Gut, das wusste ich an der Stelle nicht. Aber so muss das gemacht werden. Und diese Baum-Missionen gibt es tatsächlich öfter. Und wenn du das vorher nicht weißt, ich sag's ja so, wie das ist, ne? Hat man einfach hier absolut die A-Karte gezogen. Dann muss man halt wieder nach nem eigentlichen Blutmond zurück. Aber irgendwie hat's noch nicht bei mir funktioniert. Warum und weshalb, an was das liegt, kann ich leider auch nicht sagen. Entweder ein Bug an der Stelle oder man muss halt so lange warten in dem Spiel, dass man das machen kann. Ich weiß es aber nicht. Krieg ich den schon hinter das Mobland. Hätten sehe ich noch einen Schrein. Äh, hab ich jetzt die B-Niriot oder hab ich nur den E? Nee, glaub den E-Nin hab ich, ne? Den mit dem Baum, aber die anderen noch nicht. Aber wie gesagt, mit dem Baum-Missionen ist zwar cool, muss ich gestehen. Ach, scheiße, jetzt hab ich Müll mitgenommen. Wollte ich eigentlich nicht. Ja, können wir wegschmeißen nachher. Ähm, mit dem Bäum ist zwar ganz cool, ist unterhaltsam und, ähm, halt auch was anderes. Natürlich, aber dann hätte ich das ein bisschen anders vielleicht geplant, falls man das wirklich verkackt, dass man das auch wieder neu machen kann, relativ zügig. Anstatt jetzt, wie ich gefühlt, ne halbe Stunde warten zu müssen, geschweige ne Stunde oder so. Ich weiß nicht, in welchen Abständen so ein Blutmond kommt, aber ich glaube nicht in jeden 5 Minuten. Wurde auch zu ätzend sein. Ich brauch ja unwiderruflich dieses Item. Okay, Moblin. Oh, mein Freund. Ich weiß, du hast zwar geschlafen, aber ich musste trotzdem den Kopf weghauen, denn ich muss hier mal rein. Ich hab das hier noch nie erkundet. Schatztruhe. Das sind Eisfleischbeicher, ne? Kennt ihr die, Eichfleischbeicher? Ich dachte, das wären Kristalle. Ja, das waren die Kristalle, die ich mir so erhofft hatte. Ach, dein Ernst jetzt? Boah, lohnt es sich überhaupt für diese Truhe, äh, so ein Ofenband zu machen? Ja, Leute, lohnt es sich. Ja, aber den Ofenband nach hinten raus, äh, war nicht witzig. Komm, wieder hoch hier. So. Sind bestimmt nur 10 Pfeile, aber selbst die würde ich mitnehmen. Oder 50 Rubine. Ich weiß immer noch nicht, ob die Rubine nachher wichtig wären. Aber, das wird sich bestimmt klären. Bei den anderen Sachen freie ich euch ja regulär. Da brauche ich dann immer eure Hilfe. So, hier muss ich mal schauen. Das weiß ich nicht, was ich hier machen soll. Lol. Erzähl mir nicht. Das soll man sehen. Also, wenn ich nicht allzu blind wäre, ja, und, äh, ein bisschen auf meine Umgebung achten würde, mehr auf meine Umgebung achten würde, dann wäre es, glaube ich, einfach. Habe jetzt eindeutig dafür zu lange gebraucht und ich habe drei oder viermal an die Stelle komplett übersehen. Macht das überhaupt Sinn? Oh, shit. Weißt du, was? Geil! Oh, ich habe, ich habe keinen Bogen mehr. Ja, moin. Ja, let's go. Oh, sehr gut. So, mein Freund. Dann kommen wir her. Wir klären das wie wahre Männer, wollte ich gerade sagen, aber das stimmt auch nicht mehr. Ist nicht zeitgemäß. Wir klären das wie wahre Gestalten der Menschlichkeit. Ob so, wir sind, sind Bockblins menschlich? Nee, ne? Wir sind bestimmt schon groß. Oh, bist du riesig. Bist du ein großer, ey. Hast du, du hast stolz gegessen, mein Freund. Ähm. Junge, Junge, Junge. Ich hätte nicht gedacht, dass du so groß wirst. Halt, stopp, 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 stopp. Ich kann mal ein Foto davon machen. Hallo. Ja. Von dem Reiseschwert. Und von dem Reiseschild. Wir machen einfach von allen. Ne? Sehr schön. Oh, äh. Ja, Schildtasche ist voll. Ist das denn besser als meine aktuellen Schilde oder nicht? Das ist halt die Frage, ne? Ich hab halt super wenig Platz bei den Schilden. Da muss ich sowieso mal auffüllen. Ach, guck mal. Besser als der Rosti auf jeden Fall. Aber den müssen wir noch fotografieren. Weil den hatten wir noch nicht. Sehr schön. Siehst du, dann können wir eigentlich auch die verrostete Lanze endlich mal wegschmeißen. Weil. Ich habe mitgekriegt, wir brauchen die doch nicht. Oder zumindestens wird die nirgendwo wichtig sein. Und deswegen machen wir davon ein Foto. Und ist es jetzt wenigstens in unserem Fotomodul drin. So. Und trotzdem nehme ich die mit, ne? Es wird bestimmt irgendwann wichtig sein. Wieso habe ich jetzt hier pfiffen? Egal. So. Hallöchen, kleiner Freund. Ich muss den mal kurz bearbeiten. Warte, 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 warte. Bevor ich hier, äh, mein Schwert roaste. Gegen den Nuki dich. Ne, war einfach mal den anderen, dötchen anderes Schwert in der Hand. So. Und wir bekommen... ...ein Opal. Ja, die Truhen sind ja alle nicht so richtig. Aber ich finde die kleinen Stages immer cool. Ah, du bist ein Bogenschützer. Der Dickerzau ohne, ich dachte. Oh. Entschuldige. Ich komme gleich runter, warte mal. Ich komme gleich zum Spielen runter. Sehr schön. So. Einmal um die Löffel hier hauen. Dann sollte es auch für den blauen kleinen Wicht reichen. Warte mal, habe ich von dir ein Foto? Ja, warte doch mal. Ja, blauer Block, den war schon. Oh, da ist er gefallen. In die Tiefe. Ihr Arme. Ah, ich mag das. So, eigentlich wollte ich mein Ziel nicht verfehlen. Ich wollte eigentlich komplett zu diesem wunderbaren Krog dort hinten hin. Und wo laufe ich lang? Überall, aber nicht zum Krog. So, hier haben wir nochmal Schwarzgeier. Die haben wir auch schon. Der hat Eichhörnchen. Muss ich unbedingt mir merken. Wenn man nochmal irgendwo... Die kleinen sind ja auch Tiere, ne? Oh no. Das wird schwer, die zu finden. Ich schweige, die zu treffen. Ich werde jedes Mal daran vorbeilaufen. Adler, 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 Leute, Adler, Adler. Nein. Verdammt. Oh mein Gott, habe ich einen? Ja, GG. Nice. Insel Falke. Kann ich den dann hier grillen? Ich habe edelge Flügel. Tja. Wer tief fliegt, der fällt weit. Das kann ich so sagen. Äh... Wo ist denn der Krog jetzt hin? Was ist die Aufgabe? Dass ich jetzt hier runterspringe, lebensmutig... Und nachher ist der Krog hier oben irgendwo. Das wäre absolut belastend. Ach komm, Leute. Egal. YOLO, sagt man hier so schön. Oh no. Und hier ist der wirklich nicht dein Ernst jetzt. Ich bin umsonst wieder runtergefallen. Geil. Oh, geil. Nein, bin ich doch nicht. Ha. Ha, 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 ha. Nice. Dankeschön, kleiner Mann. Oh, Entschuldige. Und hab dich schon wieder gehauen. Ich sollte dafür echt mal Strafe kriegen, ne? Dass ich jedes Mal unsere kleinen süßen Krogs hier verprügel. Gut, Team Fluss... Äh, Tannenfluss... M-m-m. Lass mir überlegen. Ich glaube... Oh, hier unten müssen wir auch noch lang. Ja, komm. Das nehm ich an mir. Challenge accepted. Ab geht's dann nach unten. Geil. Ich seh schon die Mission, Leute. Dreimal dürft ihr raten, was wir machen müssen. M-m. Ah, nein. Diese Äpfel. Schrecklich. Irgendwie... Irgendwie... Boah. Nicht der hundertprozentige Fan davon. Da ist es wieder dasselbe Muster. Es ist wieder... Ähnliches... Oder gleiches Muster. Wie wert mit beiden Äpfeln nehmen. Danke. Unter. Zack. Schauen wir nochmal... Der zweite Ast. Also der dort. Was heißt... Der drüben kann ich mitnehmen. So nicht, Link. Ich will nur den unten mitnehmen. Den anderen schieße ich wieder ab. So. Huch. Halt, stopp. Also ohne Feuerpfeil, bitte. So, den schieße ich ab. Und damit sollten wir die Mission wieder gemacht haben. Perfekt. Ich muss... Ich hab immer Angst bei diesen Apfelbäumen. Seitdem ich das da einmal verkackt hab am Anfang, ne. Und ich immer noch nicht das Ding hab. Weil ich jedes Mal versuche das zu bekommen. Ich hab... Angst. Und ich seh da oben nochmal drei Bäume. Also jetzt wollen sie die ultimative Challenge für mich machen, ne. Jetzt ist die ultimative Challenge für mich geboren worden. Äpfel von Äpfelbäumen klauen. Und zwar symmetrisch. Dass auf allen dreien Äpfeln das gleiche ist. Oh, ne. Die Ziege hat Bock. Verdammte Ziege, ey. Dass die immer Bock haben. So. Und... Tja, oh. Das ist absolut weit weg. Okay. Wir müssen zwischenlanden. Ähm, Moos. Beim Moos sag ich schon. Ähm, beim Gras. Und dann versuchen wir jetzt Stück für Stück uns hochzuarbeiten. Eventuell könnten wir hier stehen. Jupp. Und dann weiter nach oben. Zack. Hier oben war... Hab ich gesehen, dass da eine freie Stelle ist. Perfekt. Und dit Stück sollten wir ja wohl hinkriegen. Also mit der neuen, äh, Leiste auf jeden Fall. Und wie gerade sehen müssen wir da ja nicht hoch, weil ich viel zu hoch bin schon. Ups. Ja, gut passiert, wa? Aber vielleicht kriegen wir es ja hin. Da unten ist der Kreis im Übrigen. Äh, hier ist ein Schrein. Ne, den jetzt wehsägtet. Das ist tatsächlich da ganz oben. Da oben ist der Schrein. Den mach ich jetzt aber nicht ganz explizit, weil ich auch weiß. Ähm. Dass der Schrein für später ist. Für einen anderen Abschnitt, den wir denn begutachten dürfen. Deswegen, äh, lasst uns erstmal dit machen, wat wir in Hateno machen müssen. Und dit erste, wat ich mach, ist auf jeden Fall hier, diesen wunderbaren Stein dorthin sitzen. Ich überlege die ganze Zeit von hier aus. Dort hinten. Okay. Äh, von hier aus dort hinten hinzugleiten zum, um, wie sag mal dazu da hinten, zum Schrein. Aber ob das reicht? Ich würde schätzen von hier nicht, aber von da ganz oben. Auf jeden Fall. Freunde, das möchte ich jetzt testen. Dann ist es nämlich einfacher, gemütlicher. Und dann haben wir eine richtig geile Strecke zurückgelebt. Wisst ihr wat? Wir sehen uns gleich ganz oben. Ich werde mich einfach nach oben jetzt, äh, kraxeln. Stück für Stück. Hm. Lol. Witzig, Leute. Witzig. Ich bin jetzt wirklich... Ah. Ich bin wirklich tatsächlich hier neben, ne? Ah. Ist das belastend. Aber ich möchte ihn eigentlich nicht heute machen. Wisst ihr wat? Dann werden wir uns beim nächsten Mal zwei Schreine gönnen. Einmal ein Schrein, den wir eigentlich noch nicht hätte machen dürfen. Also, wir können natürlich jeden Schrein machen, den wir wollen, ne? Aber von der... Geil. Von der Reihe... Also von der Reihe meiner Meinung her... Dürften wir nicht daran, weil der außerhalb unseres Gebietes ist. Trotzdem will ich irgendwie den Schrein machen, wenn wir schon hier sind. Der wird ja markiert. Und da unten werden wir uns das nächste Mal auch anschauen. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, bleibt gerne dran. Um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum Ende. Und ciao.